Prozent Wutjus Sieg bei Armin Prozent 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 Willst du mich einen Moment entschuldigen? Beide schießen das aus dem Fenster raus Ha 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 Hey Toad My car Yeah Give me a second Dieser Typ einfach Zell Kühl Ton Make yourself comfortable Sorry about the car We ended up going out the window Couldn't be avoided I can't be mad at you I called you And you come to help I can't be mad But even when you help Things end up more fucked than they stop Ja wir mach ich's irgendwie nicht besser Wir haben... Wichtig Aber ein bisschen mehr Scham noch als mir lieb ist NEIN Hör auf Wieso willst du denn Immer noch Stress haben? Er ist aufgestanden weggegangen Wie der Walking Dead angefangen hat Ja Oh doch Ja 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 Mehrstückiges Gebäude Ja Ja Mehrstückiges Gebäude Und von außen sieht Es ist so ein normaler Flur Mit so urfühlen Türen So wo man weiß Okay könnte ein Hotelzimmer sein Einfach ein normales Wohnzimmer Dann machen wir die Tür von Dann ist man so in einer riesigen Halle Wo ich mir denke Okay wahrscheinlich sind die Räume verzaubert Aber wo verzaubern Läume Läume Nett Okay Da komm's er What the heck Mach das Bett hoch, weil Wer bist du? Die Verfolgungsjagd ist ja tausend, Alter Was passiert hier? Oh Und zack Fällt auf dem Typen drauf Fragen wir Warte mal Da stand ursprünglich die Lampe? Das war die Lampe Ja Ich möchte nochmal erwähnen, dass dieses Spiel ziemlich brutal und ziemlich krass sein kann Eigentlich wollte ich mich noch umsehen Ja und? Ach komm wir wären beste Freunde Ich bestell gern was Vor allem Besucher Wim Mit ein Klar Gib mir ein Midas Gold Du willst eine Läume? Nein Ich habe keine Ich habe keine Ich habe keine Ha 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 Ich glaube das ist lustig? Ja Ich glaube es ist f***ing hilarious Es war gut Ich habe keine Ich habe keine Ich habe keine Ich habe keine Wer und was bist du? Was für ein Fabelwesen sollst du sein? Oh boy! Au! Ich will nicht! Lass es stehen! Ich bin teures Geschirr! Da! Oh Gott, oh bitte nicht! Ich will nicht! Der wirft mich wie ne Puppe von A nach B! Mein Gott! Das hat ja viel gebracht! Das war so richtig! Den lassen, Badger! Darüber! Und zack! Das sieht nicht gut aus! Au! Au! Alter, der macht mehr Schaden! Für die Bar! Ach komm, Woody! Ich weiß, wir haben uns geprübelt! Oh, das sieht nicht gut aus! Wir haben echt ne Power! Wir haben echt ne Power! Krass! Besser, du legst es nicht mit uns an! Das ist nicht möglich! Aber ich glaube, wenn's es nicht mehr so gut ist! Oh mein Gott! Das ist nicht gut!! Es ist ein Ding! Es ist genug! Fun fact, hätte ich mich nicht dazu entschieden, wegzugehen. Hätte es wäre die andere Möglichkeit gewesen, ihm den Arm auszureißen. Und ich habe mich dagegen entschieden, wenn ich mir gedacht habe. Dieses Wein schenkt. Bis auf den letzten Tropfen. So gibt es ja nicht gleich die ganze Flasche. Also es wäre im Endeffekt so gewesen, hätte ich mich anders entschieden, ihn nicht in Ruhe zu lassen, hätte ich ihm erst kalt. Wenn ich Geld habe, ich weiß ja nicht. Ich weiß, was du gemacht hast, das wisst doch keiner, aber ich weiß es. Hallo. Ich bin wieder da. Meine besten Freunde. Wir machen jetzt Party. Ich kann dich ja anspitzen und gegen die Wand rum. Was ich wieder denke. Okay, bye. Ich hoffe es wird jetzt nicht unangenehm für mich. Es ist unangenehm für mich. Ja. Okay, ich habe verstanden. Was hat der für ein Phone, alter. Das andere haben ganz normale Telefone und eher so ein Oschi. Okay, ich will das nicht hören. Habe ich jetzt den Kampf vermeidet oder habe ich den erst recht angezettelt? Nevermind! Oh boy. Ach du Grüne. Oh mein Gott, ich muss gut. Ich bin nur mit der rechten Hand besser als mit der linken. Ich habe jetzt voll den Ellbogen angeschlagen. Au. Mit der linken Hand bin ich echt nicht gut. Ich probiere jetzt mal mit der linken. Gerade noch. Au. Au. Warum? Ich habe nach oben gedrückt. Ich will es nur anmerken. Ich habe nach oben gedrückt. Wenn du was bedrückt hast, jetzt machst du was bestre —る Angst, schrotten wir�� nicht. Na bé Ja, k奇 さそit… Wunderschön. Habt euch jetzt beide200! Nehmt euch ein Zimmer! Ist ok! Nein! Nein 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 nein! Hör auf! Und die Tür ist offen. Wow. Whoever he is barrels into Snow White's face over there. I'm still hurting, you know from our talk in the cell you won't talk more I love nothing more than to carve a sweet poem right into Brother speak your mind fastly now. What's it gonna be? Always wanting to do things the fun way. Yay fun way Rest easy. This is not the hell is going on. What's happening? Take it easy Don't go looking for any more fights. Why didn't you try and stop him? It was what do you want me to do? Yank on his hair? He's only three feet tall. There are limits here. Fafkin, no Hey, stop I know you know what the plan is No I won't be accountable for this I can't I can't I'm sorry Hey, stop Oh my god Big B Wait, don't Yeah, freak Do anything, I promise you, I didn't do anything Oh my god Oh my god I can't even have to hear you I can't even have to hear you Ignoriert Like shit Like shit Haha, I'm just gonna test that. Was? I see exactly how I feel You see exactly how I feel I'm just gonna feel like you're dead Haha 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 Hallo Richtig Dann wirst du das wirklich drauf legen Noch mal Okay Ich nehm's zurück Was zum Donnerwetter Hm Hm Wir verstehen sich glaub ich Err Jetzt kannst du den Kopf abschlagen Die macht auch immer nur Stress, oder? Schard Sieht das, als ob der Pirate einen in die Fresse möchte Fehlt noch ein Teil Hahaha Oh ja? Take a number Hahaha Ich verstehe Ich verstehe Wie er sie mal raus hört Tschack Damn Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Fierce Wolfie! Wow. Wow, was zum... was ist hier passiert? Oh, jetzt fragt mich grad, ob es möglich gewesen wäre, dass Vivian überhaupt irgendwie überlebt hätte. Wir gehen in die letzte Runde. Wir gehen in die letzte Runde, Kinder. Es ist bald so gut wie vorbei. Ich muss meine Finger vorbereiten. Weil bald haben wir's. Silberkugeln! Nett! Jetzt geht's los, Kinder. Jetzt geht's richtig los. Da ist sie. Ich will ihn nicht. Boah, Alter. Hier ist eigentlich noch gruseliger. Wenn ihr glaubt, das ist schon die... die fertige Form von ihm. Da kommt noch eine viel gruseligere von ihm. Oh, Gott. Oh Gott. She's so... Fuck. Fuck. Ow. Paul! Pokemon же! Wir sehen uns mal! abnormal gera!" trailers! Oh, ja. 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 Oh, ja.